! Babapapa-pa-pada ba Babadapapa-pa-pada ba Babapapa-pa-pada Babadapapa-pa-pada Mir is ned langweilig, sondern fad und zu am Bindfadl sage ich spagat Hab i an Durst? Tring i a Kracherl Thanedny im a dischat Mach i ag Maschall Meerrettich grin Girls is finelyurg skin So kompliziert muss dis gar ned se A schnellkochtopf is a за Keil und matt, und is a kaputt, dann is a a klumpet, da hinnige a verrat. Ich hab mich gefragt, woran es liegt, dass mich keiner versteht, wie's sowas gibt. Irgendwie hab ich für alles a anders Wort, manchmal drei oder vier, und dann wird's hart. Wie soll ich mich da a mehr versteh? Ich hab ein komplett anderes Deutsch, wie soll das geht. Drum geht's jetzt an, schnell kann's viel mehr Vokabular, Lektion 1, guten Tag. Hallo, grüß Gott, servus, tschüss und ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ein kleiner Schnaps, das is a Stamperl, ein Bauchensatz, das is a Bumperl. Berliner heißen Faschingskrapfen, hast nix zum sagen, stehst unterm Schlapfen. A bleide Kuh, das is a Madl, ein schwieriger Typ, einfach ein Dodl. Is wer net ganz dicht, hat er an Vogel und is was dschwarzem tragen, dann nimmst am besten a Sock. Und du hast dich gefragt, woran das liegt, dass dich keiner versteht, wie's sowas gibt. Irgendwie hast du für alles a anders Wort, manchmal drei oder vier, und dann wird's hart. Wie soll ich dich da a der versteh? Du hast a komplett anderes Deutsch, wie soll das gehen? Drum rumma, direkt zur Lektion Nummer 2. Hau auf, ich will dich nie wieder seh. Hau auf. Servus Tschüss und Baba, ein Polizist, is a Schandarm, und hat er dir am Krawadl, dann bist du am Traun. Wir sagen net Gi, sondern Schiraffe, und so an der Müll, is einfach Graffe. Jemanden ärgern, hast zu gehen, trugst dich du von der Arbeit, dann tust du auch in Nieren. Auch ob der Klose is bei uns a Sandler, und hast du a Gewandgeschäft, dann bist du a Fetzendandler. Und ich hab mich gefragt, woran das liegt, dass uns keiner versteht, wie's sowas gibt. Irgendwie ham wir für alles a anders Wort, manchmal drei oder vier, ja des is hart. Wie soll ich uns da a der versteh? Wir ham a komplett anderes Deutsch. Wie soll das gehen? Lektion drei, sagt wir, du hey, ma hey, ja hey. Eke, hör, schau mal, dann seht man schon. Heißt das da, Servus Tschüss und Baba. Und wer jetzt glaubt, der is schon g'scheiter, der passt jetzt gut auf, es geht noch weiter. Quack ist Topfen, Schnipponen sind für so ein faschiertes Hack, Blumenkohl, Kaviol. Hab ich zu viel getrunken, dann hab ich ein Spitz, hab ich für die Schuhe nix gelernt. Dann hab ich ein Nachts, sieben Bluntzenteuschel, Eierschwammel, Brandteig, Krapfel, Ballertschinken, Paradeiser und Powideltatschkel. Eierspeist auf Fungolatschen, Schober mit Schlagobass, Marillenzwetschgen, Vogelsalat und Leberkass. Und wir ham uns gefragt, woran das liegt, dass uns keiner versteht, wie's sowas gibt. Irgendwie ham wir für alles a anders Wort, manchmal drei oder vier, ja des is hart. Wie soll ich uns da a der versteh? Wir ham ein komplett anderes Deutsch, des kann nicht gehen. Die Lektion 4, danke fürs Zuhören, ihr wart wunderbar. Hast du? Dankeschön, Servus, Tschüss und Baba. Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba-Baba. Untertitelung des ZDF, 2020